Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Flo Farrell und in diesem Video möchte ich dir eine Instagram-Komplett-Anleitung geben. Also vom Aufbau der Follower bis zum Geldverdienen, wirklich alles. Und zwar siehst du hier gerade meinen eigenen Account flo.farrell, da kannst du mir auch gerne folgen. Lade ich immer mal wieder Bilder hoch von mir und gebe auch Infos über meine Einnahmen und so weiter. Und ich habe natürlich aber auch andere Instagram-Accounts in speziellen Nischen, wo ich eben auch mit Geld verdiene. Und prinzipiell mal alles so komplett zu erklären, das würde ungefähr zwei, drei, vier Stunden dauern. Deswegen habe ich mich auch mal auf die Suche gemacht nach Experten, die eben mit Instagram Geld verdienen und da eben auch solche Anleitungen anbieten. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, Leute, es wird jetzt hier kein überteuerter Scheiß oder kein Werbevideo oder sonst irgendwas. Aber schaut euch das hier mal bitte an. Ich bin über diese Werbeanzeige hier gestoßen. Die ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und hier bietet jemand einen Kurs an über Instagram, also quasi eine Komplettanleitung, wie du Follower aufbaust und auch mit wenig Followern Geld verdienst. Und er verdient hier 1364 Euro netto nach vier Wochen. Klar, für mich hört sich das immer sofort nach Betrug an oder sonst irgendwas. Aber dann bin ich auf den Preis aufmerksam geworden. 9,60 Euro. Und das ist jetzt hier kein kleines E-Book oder sowas. Das ist ein riesen Videokurs. Ich habe mir den gekauft und ich zeige euch den jetzt auch gleich mal. Und zwar ganz genau, was da alles drin ist. Und das ist echt heftig. Er streicht zwar durch, 49 Euro. Und der kostet jetzt nur 9,60 Euro. Ich meine 9,60 Euro. Überlegt mal, was ihr dafür... Also 9,60 Euro, das gebe ich mal zum Frühstück aus oder sowas, wenn ich mal irgendwo zum Bäcker gehe. Okay, also da kriegst du hier einen riesigen Videokurs. Also ich zeige dir auch gleich, wie riesig. Also ich weiß auch nicht, ob dieser Preis hier irgendwie ein Tippfehler ist, ob der das falsch eingestellt hat oder wie auch immer. Aber es ist wirklich heftig. Also ich habe diesen kompletten Kurs mal einmal durchgearbeitet und ich zeige dir den jetzt auch gleich mal, wie der ausschaut und was da alles drin ist. Denn hier die 9,60 Euro ist schon wirklich heftig. Deswegen habe ich es mir auch gekauft. So, du siehst es jetzt hier. Das ist gerade mein Dashboard. So sieht das dann auch aus, wenn du das dir kaufen solltest. Und es sind ganze 46 Lektionen hier drin. Also 46 Videos, die dir Informationen geben und Wissen geben. Und ich kann dir jetzt schon mal sagen, die sind nicht schlecht. Also die sind wirklich gut. Du weißt schon mal, ich habe dir schon mal andere Kurse vorgeschlagen für Instagram. Die sind auch alle gut, aber bei Weitem nicht so umfangreich und auch bei Weitem nicht so günstig. Also du weißt es vielleicht selber, dass die Kurse meistens über 100 Euro kosten. Und der hier kostet 9,60 Euro. Es sind sechs Module, wo jeweils nochmal teilweise zwischen drei und ich glaube zwölf Videos drin sind. Also richtig heftig. Aufgeteilt in ein herzlich willkommen Video, Grundlagen, Geld verdienen, mein komplettes Business-Modell und auch noch eine Case Study. Also Videos, wie er genau mit einer einzigen Seite eben über sechs Wochen Geld verdient hat. Und am Ende auch noch Updates. Das heißt, er updatet diesen Kurs auch immer wieder. Und ich kann dir das ja einfach mal zeigen hier zum Beispiel. In dieser Lektion hier zum Beispiel, beziehungsweise in diesem Modul, ist diese Case Study drin. Instagram Business Account erstellen, Affiliate Support Material, Zielgruppen finden und dein Profil lenken. Anonyme Reichweite aufbauen und Geld verdienen. Und dann eben noch ein Update und ein Abschluss. Und es sind wirklich sehr, sehr ansprechende Videos. Und muss ich auch wirklich sagen, vom Inhalt her wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das heißt, jetzt nicht nur irgendwie so oberflächliches Gerede, so sieht es dann aus. Sondern wirklich auch Informationen, die dir weiterhelfen. Also die praktisch anwendbar sind. Jetzt nicht so irgendwelche Grundlagen nach dem Motto, hier liken, entliken. Und dann hier wieder, keine Ahnung, am Tag 500 Leuten folgen und dann wieder entfolgen. Also das ist es definitiv nicht. Es sind wirklich Praxistipps. Wirklich, wenn du jetzt ein kompletter Anfänger bist, siehst du ja auch 100 Follower und schon die ersten Einnahmen mit Affiliate Marketing generieren. Was du für den erfolgreichen Start benötigst und warum Menschen kaufen und so weiter. Das heißt, es sind hier wirklich alle Schritte, die du eigentlich in einem Instagram Business vollziehen musst, sind hier aufgeführt. Und wirklich in diesen sechs Modulen hier aufgeführt. Unten in der Videobeschreibung ist das Ganze verlinkt. Und wie gesagt, 9,60 Euro. Also ich habe wirklich gedacht, das wäre hier Abzocke. Deswegen habe ich es mir einfach mal gekauft, weil ich nicht glauben konnte, dass man für 9,60 Euro so viel Inhalt bekommt. Und ich weiß auch nicht, wie lange das unbeobachtet bleibt, beziehungsweise wie lange das noch für 9,60 Euro drin ist. Weil, also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das ernst gemeint ist vom Verkäufer, dass 9,60 Euro der Preis sind. Aber kann natürlich auch ernst gemeint sein. Dann freut es mich umso mehr, dass eben so günstig Wissen zur Verfügung gestellt wird. Und wenn du es dir, wie gesagt, holen möchtest, unten in der Videobeschreibung ist da. Ich kann es nur empfehlen. Wirklich sehr, sehr guter Inhalt und eine sehr, sehr gute Komplettanleitung. Ansonsten freue ich mich über dein Feedback in den Kommentaren. Daumen nach oben für das Video natürlich auch. Folg mir auch gerne bei Instagram und bei YouTube. Und jetzt wünsche ich dir viel, viel Erfolg mit Instagram. Viel Spaß beim Geld verdienen. Macht's gut. Euer Flo. Sorel. 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 Vielen Dank.